Liebe Gemeinde, ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Sonntag der Tage. Und auch Bartimäus hatte von Jesus gehört und er schrie immer lauter, Jesus, Jesus, hilf mir! Und das hörte Jesus auch. Und Jesus sagte zu Bartimäus, dein Glaube hat dir geholfen. Und häufig haben wir so eine Situation wie bei Bartimäus, dass wir glauben, ja klar, was will er wohl? Er will sehend werden, aber ist es das wirklich? Barmherziger Gott, du lädst uns ein, uns zu freuen und unser Leben posterlich zu betrachten. Doch vieles in uns und um uns herum bremst unsere Freude und wirft einen Schatten auf unser Dasein. Wir singen jetzt das Vaterunserlied. So empfangt den Segen Gottes. So empfangt den Segen Gottes. Winter die Segen das doй跟大家 Has hierkehr이에요. Ich hab's ges hepelect wert. Bis zum nächsten8 going.